Hallo ihr Lieben, huch, was ist denn hier los? Alles anders, der Hintergrund anders, die IDE anders und das Mikrofon erst recht. Das ist mittlerweile zwei Mikrofone weiter und ja natürlich, das Uploadjahr hat sich auch ein kleines bisschen verändert. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt und naja, ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass im Video 10 der PHP-Reihe definitiv ein doofer Fehler aufgetreten ist und den möchte ich hier jetzt natürlich reparieren. Das ist hier definitiv nötig. Okay, was ist das hier jetzt eigentlich? Also ich habe versucht, alles soweit nachzustellen, wie es geht. Die IDE, die wir in der Reihe benutzt haben, die gibt es ja nicht mehr. Deswegen habe ich ja schon länger hier Visual Studio Code empfohlen. Wenn ihr wollt, kann ich dazu gerne auch nochmal ein Setup-Video machen, wie ihr das richtig machen könnt. Das dürft ihr mir dann gerne hier unter dieses Video schreiben. Wer jetzt hier denkt, huch, der Kerl hat ja auch PHP-Videos. Ja, das ist korrekt. Ich habe eine ganze Reihe dazu. Ich habe sogar JavaScript, TypeScript und so weiter und so fort. Da schaut ihr am besten einfach mal bei mir auf dem Kanal vorbei. So und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt wollen wir das machen, was wir eigentlich machen wollen und zwar Arrays. Also das heißt, ich habe hier erstmal ganz normal eigentlich die, ja alles, was wir so bisher kennen. Ich habe einfach hier dieses Doctype mit dem PHP drin und aktuell geben wir einfach nur die Zahl aus, was dann natürlich ungefähr so aussieht. Also einfach nur die Zahl ausgegeben. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Wir wollen jetzt hier mit Arrays arbeiten. Arrays sind im Endeffekt ein Speichermechanismus für sehr viele verschiedene Daten. Das bedeutet, ihr habt nicht nur eine Zahl, die ihr irgendwo reinschreiben könnt, sondern ihr habt eben mehrere von einem Typen. Also zum Beispiel mehrere Strings oder mehrere Zahlen oder was auch immer ihr wollt. Und ja, hier ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, und das hatte ich auch in den, das habe ich glaube ich auch in den nächsten Videos noch verwendet. Wir nehmen das Dollar Geschlechter. Dann könnte ich hier auch nahtlos die weiteren Videos gucken. Dollar Geschlechter ist gleich so. Und jetzt wollen wir ein Array daraus bauen. Okay, ein Array besteht aus mehreren Elementen. Das heißt, wie bauen wir das? Naja, wir sagen hier Array aus. Und ja, jetzt müssen wir hier die ganzen Geschlechter eintragen. Also der wäre männlich, die wäre weiblich und das wäre neutrum. Okay, und ja, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was wir hier brauchen. Jetzt haben wir hier drei Elemente drin. Normalerweise hätten wir jetzt hier sowas schreiben müssen wie Dollar M. M wäre dann M. Naja, gut, nicht wirklich spannend. Dollar F und so weiter und so fort. Also ihr kennt das Prozedere hier. Das ist natürlich viel zu aufwendig. Deswegen können wir hier uns ein Array bauen. Und das macht das für uns. Ein Array ist erstmal nicht irgendwie festgelegt auf sehr, sehr viele Datentypen. Also ihr müsst nicht irgendwie darauf achten, dass ihr nur drei verschiedene drin haben könnt. Sondern ihr könnt hier auch noch sehr viel anderes reinmachen. Ja, jetzt hört mir kein weiteres mehr ein. Nehmen wir doch einfach mal noch Q, W und E. Und ihr, ist völlig egal wie viele ihr da reinpackt, die könnt ihr alle verwenden. Und wenn ihr jetzt hier durchgehen wollt oder einzelne Elemente wieder ausgeben wollt, dann gehen wir hier einfach her und sagen Echo. Gehen hier her und sagen Dollar Geschlechter. Aber wenn wir das jetzt so machen, dann schauen wir uns das doch mal ganz kurz an, wie das aussieht. Dann kriegen wir hier ein Warning. Array to String Conversion on Line 8. Das ist genau die Zeile, die wir gerade geschrieben haben. Also dieses Ding hier, das gibt uns ein Warning aus. Weil wir versuchen ein Array als String auszugeben. Nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Wir wollen ja die einzelnen Elemente hier ausgeben. Okay, das heißt wir müssen dem Array jetzt sagen, Wir wollen bitte auf das erste oder das zweite oder, oder, oder Element drauf zugreifen. Und das machen wir folgendermaßen. Wir machen hier diese eckigen Klammern. Die kriegt ihr, wenn ihr Alt-Gr drückt und dann auf die 8 bzw. die 9 geht. Also 8 ist aufmachen, 9 ist zu machen. Und dann könnt ihr hier angeben, wo ihr drauf zugreifen wollt. Wir sagen jetzt einfach mal Geschlechter von 1. Was wird da wohl bei rauskommen? Nun, es ist ein F. Wieso? Naja, das Ganze fängt nicht bei 1 an zu zählen, sondern man sagt, man fängt bei 0 an zu zählen. Das hat historische Gründe, weil man das in C++ und in C-Sum machen muss. Weil die eben intern so angeordnet sind. Das bedeutet, wir haben hier einmal M. Das ist quasi plus 0 Offset oder plus 0 Verschiebung. Also sagen wir hier, okay, Geschlechter von 0 ganz einfach. Geschlechter von 0 wäre jetzt also M. Geschlechter von 1 wäre F. 2 wäre N. Dann kommt 3 mit Q. 4 wäre W. Und 5 wäre E. Joa, und dann, was kommt dann? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier... Also machen wir mal 5 hier rein. Dann kriegen wir hier das E. Ja, wunderbar. Was passiert, wenn ich jetzt hier 6 reinmache? Nun, dann bekommt ihr ein Undefined Array Key Fehler. Also Warning eigentlich. Aber eigentlich ist es sogar ein richtig übler Fehler. Der sagt euch im Endeffekt, ey, du versuchst gerade wo drauf zuzugreifen, was eigentlich gar nicht existiert. Also du versuchst gerade hier auf ein Element zuzugreifen. Nein, das gibt es nicht. Das ist hier nicht mehr drin in diesem Array. Das Array ist zu klein. So. Das ist natürlich eure berechtigte Frage. Wie zur Hölle soll ich denn wissen, wie groß mein Array ist und wie viele Elemente ich hier drin habe? Und dazu gibt es einen ganz schönen Trick mit der Vorschleife, die ihr ja auch schon kennt. Und zwar, wir sagen ganz einfach vor, definieren unser Dollar i gleich 0, sagen, okay, das Dollar i soll kleiner sein, als die Anzahl aller Elemente in unserem Array. Wie viele Elemente haben wir in unserem Array? Naja, sechs Stück, aber wie bekommen wir diese Zahl? Also ich meine, wir könnten ja jetzt hier auch einfach noch hergehen und vielleicht noch ein R hinten dran hängen. Dann haben wir plötzlich sieben Elemente. Das ist doof. Deswegen gibt es eine Funktion in PHP, die euch genau das ermöglicht. Und zwar könnte ich hier einfach sagen, Count von. Und dann könnte ich hier einfach sagen, okay, ich hätte ganz gerne das Geschlechterarray gezählt. Fertig. Und dann können wir hierher gehen und sagen einfach Dollar i plus plus. Und damit erweitern wir unser i einfach um 1. So, was das bedeutet ist, wir starten mit 0 und wir gehen bis zur Anzahl der Geschlechter minus 1. Wir bleiben echt kleiner als die tatsächliche Anzahl. Das heißt, hier sind jetzt sieben Elemente drin. Also wir starten bei 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ist immer noch echt kleiner als sieben, offensichtlich. Aber sieben ist nicht mehr echt kleiner. Sieben wäre kleiner gleich. Mit kleiner gleich bekommt ihr also einen Fehler. Mit echt kleiner bekommt ihr keinen Fehler. Das bedeutet, hier haben wir einfach ein Dollar i ist maximal sechs groß. Das heißt, hier wird Geschlechter von sechs. Das wird uns keinen Fehler geben. Und damit können wir dann darauf zugreifen. So, und damit gehen wir jetzt einfach hierher und sagen Dollar Geschlechter, Dollar Geschlechter jetzt aber, von, naja, von Dollar i. Da kann man auch Variablen reinpacken. Das ist richtig. Und das sieht dann so aus. M, F, N, Q, W, E, R. Ja, das ist im Endeffekt genau das, was wir hier haben wollten. Wir wollten alle Elemente hier drin verarbeiten. Natürlich könnt ihr hier noch irgendwelche Berechnungen machen. Natürlich könnt ihr sagen, wenn das Dollar i gleich männlich ist, dann schreibt der, also sowas wie if, äh, Dollar i, Sekunde, if Dollar i, jetzt habe ich es gefunden, äh, Dollar Geschlechter, Dollar Geschlechter. Ich bin ein bisschen raus aus dem ganzen PHP-Ding, muss ich leider zugeben, weil ich eine Weile damit nicht mehr arbeiten musste. Ähm, deswegen ist dieses Dollarsuchen die ganze Zeit echt komisch geworden für mich. Ähm, eigentlich weiß ich, wo steht, aber hey. Genau, ähm, und wenn das gleich M ist, ähm, seht ihr, schon wieder. Das ist schon wieder Python, Python-Schreibweise hier. Wenn das gleich gleich M ist, dann to folgendes. Und zwar, was wollen wir denn machen? Naja, wir wollen eben echo der ausgeben. Beziehungsweise vielleicht sollten wir hier oben dann sogar backslash n der schreiben und backslash n der. Ja, genau. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir hier, okay, einmal kriegen wir hier einen der, ja, und, äh, dann haben wir hier F, N, Q, W, E, R. Also, wir können schon, wenn M, dann schreibt der, wenn F, schreibt die, wenn N, schreibt das, und bei Q, W, E, R wird's ein bisschen schwierig. Ja, und, äh, damit haben wir eigentlich so ziemlich alles, was wir hiermit machen können. Wunderbar, und das war's eigentlich auch schon von meiner Seite. dementsprechend, ähm, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche oder Ergänzungen oder sowas braucht für die PHP-Reihe oder generell für Reihen von mir, dann schreibt ihr mir das bitte. Ähm, in dem Fall wäre es jetzt wahrscheinlich dann als nächstes dran, dass wir hier ein kleines IDE-Update machen, weil die IDE ist natürlich jetzt deutlich moderner geworden. Sie ist viel angenehmer für die Augen. Es tut mir leid, die anderen Videos werde ich nicht aktualisieren, nur damit sie schwarzen Hintergrund haben. Aber der Code, der funktioniert ja immer noch genau gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann. Ciao.